Aus der Alltagshektik runterkommen, dazu rolle ich gern in den botanischen Garten. Erstmal Stress abbauen mit einer rasant verrückten Rollstuhlrunde vorbei an den duftenden Verbenen, den Wandelröschen und dann ums kleine Rosarium herum. Der nächste magische Halt, das Tropenhaus mit der Seerosenhalle. Empfangen werde ich von hoffentlich gut erzogenen, fleischfressenden Pflanzen. Im spülwarmen, schweißtreibenden Klima entdecke ich in einer Ecke der Halle keine Seerose, sondern die ersten indischen Lotusblümen dieses Sommers. Dann eine Zeitreise. Ich träume mich in Kindertage zurück. Damals als dreijähriger Knirps hätte ich es mir problemlos bequem machen können, auf den wagenradgroßen Blättern, die den Hofstaat der Viktoria Crociana bilden. Die ziert sich zwar noch ein wenig, wird aber bald schon in heißen Augustnächten als viel bestaunte Riesenseerose erblühen. Jetzt aber erstmal raus an die frische Luft in den Bauerngarten. Der holt mich schon wieder mit seiner Blütenpracht zurück in die unbeschwerten Tage meiner Kindheit. Gut 70 Jahre dürfte das ja sein. Ich habe heute noch den unbeschreiblichen Duft der Sträucherhecken und üppig blühender Blumen in der Nase, der mich in den Gärten meiner Großeltern und jetzt wieder im Bauerngarten verzaubert. Einen Abstecher muss ich noch auf meiner kurzen Slowdown-Runde durch den Braunschweiger Botanischen Garten machen. Die Kermisbeeren sind reif, wunderschön, aber bloß nicht pflücken. Die sind nämlich giftig. Ich also ein Abschiedsgruß an meine alte Freundin, die auch schon bessere Tage erlebt hat und kürzlich einen therapeutischen Schal verpasst bekam. Gute Besserung, liebe Blutwuche. Bleib uns bitte erhalten.